hallo und da werden wir zu einer weiteren folge ford night action mit dem man sofort neben mir und mir den mann gleich ich mach aber nicht mit und dem schied ich guck nur im schien lassen politiker und da fliegt er wieder mit seinem drachenleiter stelle man sich vor wenn du das anders programmiert du fliegst mit einem drachen durch die bäume mit einem flügeln hängen und fliegst auf die fresse ich habe keine ahnung was da passiert ist deswegen ich habe das kurz geschlossen so jetzt versuchte er sofort ganz elegant zur kiste zu springen hat nicht so gut funktioniert es sah richtig profi so wie geht es jetzt weiter hier unten ein pistöchen braucht kein mensch ich fand schon mal spoilern ich glaube ich habe gleich recht auf die fresse bekommen erstmal ok weil ich mich äh weil ich irgendeinen fehler gemacht habe ich weiß aber gar nicht welche oh jetzt habe ich geschieht was nein jetzt habe ich hier geschieht bis jetzt noch keine action 61 leute noch auf der map 59 ich habe achtet den mund gar nicht offen 56 nur noch was geht hart schnell ich sehe den ganzen absteuerung jetzt haben wir das zweite ausgelootet 53 und da kommt der erste genau von dem habe ich glaube ich so ein streamer ein streamer dem ich das video vermisst habe und hier erleichtert da hört man einen riss da wurde ein riss benutzt da hinten ok das sind dann vermutlich die die dir probleme bereiten warum die es ja wollen wenn du sagst nein es war so ein anderer ich weiß gar nicht ob das hier war ich bin falsch da geht einer rein nein das war nicht das game sondern ähm das war omega nein das ist eine rabo ja ich konnte nicht mal richtig erkennen da war ich schon wieder tot so das war jetzt kill nummer zwei noch gar nichts nein das ist ein taschenbuch gefaucht worden ich habe so was mache was ich mir mit hab ich halte es schon in der hand genau das mache ich jetzt mal gleich eine kampfansage er ist jetzt ernsthaft da oben raus aus der furg raus aus der furg raus high ground aufzugehen tot das zum thema treppen bringen nicht da oben da muss man einfach nur nach oben zu behauen das sieht zu völlig aus dem kontext jetzt wieso was macht mein mund da gerade Der formt deine Gedanken. Was du denkst, formt dein Gesicht. Irgendwie nicht. So. Ah ja, habt ihr es gesehen? Da kommt ihr jetzt hier durch die Wand durchglitschen. Was heißt denn da durchglitschen? Das funktioniert eben mit diesem Geist, wenn du diese... Also du kannst durch die Wand durchglitschen, aber im Wasser... Äh, äh, das geht gar nicht so. Wasser, wenn du... Wasser ist da vielleicht einfach... Jetzt schiegt mein Tiger die ganze Zeit. Hast du das Sinn? Ah ja, ich bin so. Ich bin eher an dem Gameplay interessant. So. Ich fühle so ein Charakter los, alle nur am Schielen. Jetzt sind wir in Tilted angelangt. Bis jetzt drei Kills. Da fliegt einer vorbei. Ich hab schon wieder geschielt. So. Jetzt schauen wir mal. Da die Halloween-Dekoration. Eigensinnig. Gespenster. Und da kommt der Annenflow. Und du kriegst gleich den Hit. Schneidfeld von hinten. Und der Typ kann schon mal High-Ground bekommen. Ja, das ist aber für mich kein Problem. Ich spiele auch gern ein Logo. Auch das wissen, glaube ich, nicht alle, dass man tatsächlich sich mit den Shockwave-Granaten auch aus einer Box rausrattet. Also. Ihr seid eingeboxt. Ihr habt Shockwave-Granaten. Ihr könnt euch aus der Box rausrattet. Und hier geht das eigentlich durch mehrere Brüden durch oder nur durch einen? Durch alle. Und was ist mit dem Haus? Kannst du dich auch aus dem Haus rausrattet? Ja, aus einem. Echt? Der ist sofort am Verkernseln. Der hat sich direkt nicht zu sehen. Ich bin eigentlich. Wie schien ich grad? Was macht der da oben eigentlich? Ah, jetzt kommt der zu dir. Ne. Immer noch nicht. Der sucht dich. Da faust du jetzt mal wieder hin, oder was? Ach, das ist diese Szene? Ja. Ja, ja. Dieser Honk da oben baut wirklich ein Boden nach dem anderen ab. Das geht so jetzt eine ganze Weile. Wollte ich sagen, ja. Das ist sicher zweiter. Und jetzt BÄM. Es war so eine witzige Szene. Was ist denn das? So, jetzt kommt die Wand abgestauben. Achtung, Leute. Jetzt kommt einer ein Abstauben. Der will mich abstauben. So 78 Leben. Immer schon über jemanden. Treppen. Und das ist witzig. Ich hab mich schon über den Boden geblitzt. Keiner weiß. BÄM. Und der ist auch weg. Nur bei 5 Kills. Auch bis jetzt noch nicht viel. Was war eigentlich heute los, die schierende Panda? Was soll mit mir los sein? Wie gehst du wieder? Nein. Nein. Ganz unschuldig drückt mir. So, weiter geht's. 13 Leute noch am Leben. Jetzt noch 12. Also 11 Stück noch. Wohin hat der eigentlich geschossen? Ich hab keine Ahnung. Der hat so mega nicht geracht, wo die Schüsse herkommen. Doch hat er gehört. Komm, der ist gewählt. Wider gates. Wider gates. Das ist auch böse. Ja, der war gemein. aber geil so jetzt haben wir eine bolt und der zwei schuss das war super pulsgranate das war er war echt schöne quickscope nice gut gemacht da ist der treffer jetzt sind wir schon bei sie jetzt noch sechs leute außer dir auf der map sieht das nicht so aus wie ein pferd 2212121 der arme kerl weiß nicht mal wie ihm so gegner sind sind interessant also wie man so wenig ahnung überfordern kann so so Das war's. Alter! Alter! Was ein geiler Kill. Never nice. So, es leben noch drei Leute außer Herren sofort. Neun Kills bis jetzt. Gucken die so nach oben. Ich guck auf den Monitor. Also sah jetzt aus. Mal ein bisschen rum experimentieren. So. Herr, gleich guckst du dir genau an. So pusht man den Kampf. Genau so. In der Box. So pusht man den. Ich guck's mir genau an. So mache ich das in Zukunft auch. Wenn du mir sagst, push in den Kampf rein, dann hocke ich mich in die Box rein, machen Fenster auf. So. Und wenn du die Kürze bis nach oben. Genau. Und wenn du dann sagst, wo bist du, oder wo sind sie ja gleich, dann sag ich ja, ich pusht gerade. Fenster auf, Fenster zu. Fenster auf, Fenster zu. Guck dir das mal für die letzten Kämpfe an, wie ich in den Kampf rein pusht. Ja, ja. So. Ich hab's ja gerade gesehen. Fenster auf, Fenster zu. Noch ein Fenster auf, noch ein Fenster zu. Mach ich in Zukunft auch so. Dum 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 dum. Ah, jetzt darf ich nicht mal kommentieren. Bin ich wieder ruhig. Sie sind wieder im... Mach doch mal mich da weg. So. Okay. Die sind weg. Ne, hier, guck. Ich hab hier Platz wieder. So, jetzt wird sich dann wieder gekämpft. Guck mal, ich hab einfach den Grappler kurz kaputt gemacht. Ne, das war doch irgendein heavy sniper schluss. Ja, das richtig, aber ich hab kurz den Grappler einfach nur kaputt gemacht. Für die Bolt. Kaputt gemacht? Ja, ich hab den Grappler kaputt gemacht. Nicht, dass jemand anderen den bekommt. Ach so. Alter! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What! So, okay. Also, das war... Ne Ansage. So, wo ist jetzt der letzte hier? Komm. Komm. Einer ist neu. 10 Kills. Das ist dieser neue Granat. Renate. Der kann nerven. Er ist nicht zu stark. Er ist nicht zu stark. Er ist nicht zu stark. Nervt zum Beispiel. Nervt zum Beispiel. Nicht so, wenn man gegen den Spiel ist. In Rock'Alauncher spielen, das ist ne. Falschkott noch. Ziemens nervig. Er ist zu stark. Er ist weg. Er ist weg! Herr Sofort ist nach dir. man ist es gameplay richtig cool herr sofort congressman geiles video thanks for that cool ja wenn es euch gefallen hat dann lasst doch mal einen daumen nach oben da ich bin weg schreibt was die kommentar und schmeckt immer wieder ein wenn es wieder ich bin abgeschnitten wenn es wieder heißt fordner action mit dem herr sofort oder fortneit mit tschüss tschüss